Lichtert uns auf jeden Fall 36, Alter, bei mir. Ein paar Lichtert auch. Ah, Nils, auf einmal triffst du, ja? Ja. Im Spiel machst du aber nicht so was, weißt du? Oh mein Gott, Junge. Wallah, mach keine Augen bitte dabei, ich weiß nicht überhaupt was los ist mit dieser Woche, ich hab morgen einfach wieder Studien. Oh Gott, das ist echt. Wallah, ich weiß nicht warum, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Der Buller, ich will auch mal einen Studientag haben, ja? Komm zu mir, komm zu mir. Welcome to Dubai. Nicht mehr in der Ausbildung? Klaus-Studientag. Ich würde gerne auch mal einen Studientag haben. Guck mal, dass der Mann funktioniert, ja? Ich war grad so mad, ne, aber jetzt, wisst ihr was? Wir machen halt die Nacht durch. Let's go! Wir müssen ja leben, ne? Ja. Wir sind ja noch jung. Wir sind ja nicht pustig. Wir sind ja nicht pustig. Man kann ja auch mal drei Stunden schlafen machen, ne? Oder wenn nicht drei... Oder so wie ich das ganze Wochenende gefühlt, außer gestern lang. Ich hab auch vor... Ach, ihr hattet Wochenende? Ja, normal. Oh, das tut mir leid, Bro. Das tut mir leid, Bro. Boah, du arbeitest genau so viele Tage wie ich. Nicht so viele Stunden wie ich, aber so viele Tage. Ja, ich lerne aber morgen mal Faschen. Du hast gerade gelacht, weil du mich zerstört hast, oder weil du... Ich... 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 Oh, Glück gehabt. Mein kleiner... Mein kleiner Hordeberry. Hab dich. Okay, jetzt bin ich. Ich... 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 Was passiert? Ey... Ich... Was passiert? Ey... Ich... Ich hab grad so viele Tore geschossen. Ich hab da nur eine Jönt gegraubt. So viele Tore. Immer gegen PC Leute, Alter. Warum? Weil wir zu viele Skill haben. 99% Kill. 100% Kill. Stimmt. Gegen Bots spielen wir gerade. Ja, ja. War betal. Wir... Stimmen. Hey... Wer auch immer da... Nicht den Ball bekommen gerade habe. Ja. Lappen. Ich bekomme gerade den Ball nicht bekommen gerade. Lappen. Ich bekomme gerade den Ball nicht gerade gerade. Gehabt habe gute Deutsch in der Schule. Bruder, was ist das Handy, da? Ich dachte, das zählt bei mir, guck mal, eigentlich habe ich ihn auch berührt, oder? Hab ich ihn davor berührt? Jaja. Aua, ja. Aber du hast ihn auch noch mal berührt, ja. Du hast ihn nicht berührt, Richard. Doch, ich hab ihn berührt. Ich hab ein Klacken gehört bei mir. Glaub mir, ich hab ein 7.1 Headset. Ich hör alles. Du bist ein kleiner Wichsen, ich schwörste da. Hä? Was ist los mit dem? So ein kleiner Buster. Was war das? Was war das? Was war das? Ich war als erster da, ich war als erster da. Ja, aber warum ist das so scheiße? Sind das zwei Bots, oder? Ne, einer. Na jetzt, jetzt vorne sind da meine Zonen. Oder muss ich alles alleine machen, oder was? Was macht der Nils da vorne? Ich schwöre, ich bin voll überflüchtet im Spiel. Biss du. Schwack. Schwack, schwack. Was ist er stört? Äh. Gerüst. Der kommt gut rein, komm Jungs. Bitte mach den doch. Danke jetzt, dass du den Klaus hast. Hä? Der wäre ja auch von uns selber reingegangen. Guck mal bitte, der wäre auch von uns selber reingegangen. Noah bitte, mach einfach weiter so. Egal, gut gemacht jetzt, gut gemacht jetzt. Ich bin stolz auf dich. Endlich mal habe ich auch kein Tor gemacht. Mein Ping ist halt deine Punkte gleich hoch sogar. Stabil. Jetzt einer einfach reinmachen. Jaaaa. Der ist drin, der ist drin. Oh, der hat einfach wegen dem Tor gemacht. Guck mal drauf. Der hat einfach wegen dem Tor gemacht. Jetzt. Jungs. Ja. Jungs. 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 Guck mal dritter, ob ich den tot war. Das ist 역 study realized. Wird weiter umfassen, OK? Aber ... Jungs. Ja. Jungs. ich hab ich hab das geld ich habe alles was den fotzen so gefällt das ende war richtig ich wollte echt ich bin gerade noch am boosten gewesen ich dachte es war ja okay den kann man ja echt noch vielleicht klauen ja der nils der beste ja der hat aufgegeben der nils hat backup gemacht hast du richard sie gehen einfach auch die gehen einfach zu zweit auf den ball oder ganz ehrlich dieses spiel ich habe jetzt schon vier vorlagen jetzt einer muss rauf ja bruder wenn ihr nicht beide antäuscht würde als würde den holen schweiz ja 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 jetzt oh scheiße ich bin gerade aus dem tausend Wer hat den gesaved, ich liebe dich. Der Richard freut sich, aber der weiß. Der weiß einfach. Alle waren da, glaube ich. Endlich waren da auch nicht alle. Guck mal. Wenn ich dich gerade hinten gewesen wäre Richard, ne? Ich bin extra da gebremst, ne? Weil ich wusste, okay. Einfach viel. Guck mal, das ganze Spielfeld war so gefallt. So ein Gegner ist mitgekommen. Selbst Monk Freeman war da. Krass. Boah. Boah. Oh. Ja, ich schwör's dir, der geht auf Richard. Geht auf Richard. Ja, der geht leider auf Richard. Ja, miesen, ja. Aber warum hat denn auch keiner gehalten, ja? Ich schwöre, ich guck ja nach hinten einfach. Die zwei Autisten in Person. Ich fahr nach hinten. Ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Ich hab dich nicht mal gewohnt, aber egal. Ich hab grad die Wiederholung gesehen. Auf jeden Fall. Ja, ich ja auch, Alter. Ich war das nicht mal. Ja, oder so spielt man, Alter. Schön. Schön. Endlich mal auch ein Tor. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Gini, du Kuchen saß. Du Bastard, ja. Deswegen spielt er nicht, Digga. Jetzt noch er. Ja, komm. Ja, ich hab die Scheiße gehalten. Oh ja, ich liebe euch. Wer auch immer den gesaved hat. Aber ich hab den nicht gut gehalten, sag ich. Offen und ehrlich. Ey. Ey. Mies. Ja. Warum sind wieder drei Leute im Tor? Vor den Gegnern. Ey. Warum nicht? Warum nicht, ist die Frage. Warum nicht, ja? Alle solche Schweine, ne? Warum nicht, ja? Seien solche Schweine. Ey, Jungs, wir ficken die 8 zu 1, ne? Nein, 8 zu 2, Digga. 8 zu 2. Nein, ich weiß. Das ist keinem Parade, war es echt ehrenlos, ja. Nein! Nein, ich war auch noch da. So. Ey, ich schwöre noch nicht. Ja, ich schwöre noch nicht auf. Du bist offen, ich lass dir das erlauben nicht. Ey, was ist das scheiße, Alfa. Scheiße, Alfa. Keiner hat 500 Punkte. Das tut mir Spaß. Diesmal waren wir alle gut. Außer Nils. Ich schwöre, ehrenlos für ein Interview. Der Nils hat mehr Punkte in der Route, als wir drei eben in einem Team gehabt haben. Ja, Bruder, wir konnten auch nochmal... Bruder, ich hab vier Vorlagen. Jungs, aber vier Lohr... Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wer lobt mich? Bruder, man muss auch mal sagen, vier Vorlagen, Bruder, ich bin echt der Matchmaker, ja? Bruder, wir haben einfach nur den Ball geklaut. Hab ich auch gemerkt, deswegen hab ich auch nur ein Tor. Bruder, ich hab drei Schüsse, drei Tore, ja? Also... Und der einzige wieder mit einer Parade. Boah, ich hab 75 Auto-Berührungen. Ich hab ne Pfungster-Appling. Ich hab ne Pfarrtüte. Acht Meter die Sekunde, Tor. Langsamste Tor in den Westen. Boah, Schütze! Richard, ja. Als du halt so schreit, mach ich einfach vorbei. Mein Bits ist gay. Stärchen, Stärchen, Stärchen ist gay. Mein Handyland ist gay. Bruder, wer schreibt denn? Bei Insta. Hat jemand nen Screenshot bei dir, Insta? Nein, nein, bei dir. Du hast eingemacht, du hast eingemacht. Du hast eingemacht. Word, es wird angezeigt. Word, es wird angezeigt? Ja. Oh Gott, ja. Gott sei Dank. Hast du ernsthaft? Ey, ich hätte nen Screenshot gemacht, Richard. Wo? Von wem? Ich würde, ey, Richard, die werden los. Wenn ich einfach die Chance hab, ich würde. Ich würde. Wo denn? Von wem? Geht's aber. Ich würde... Ach so. Zum Glück wurde das Spiel abgebrochen. Wenn ich einmal die Chance hab, ne? Ich würde. Ich zieh durch. Bruder, ich hab... Ich hab... Ich arbeite mit genug Handys, ja? Ich scheiß auf dich. Ich weiß nicht, was wir machen. Ich werde nehmen mit Kasseln. Ich werde nehmen mit Kasseln. Einmal die Chance, ich gönn mir. Bruder, du Bastard. Ja, ich guck mir das extra hin. Das ist ja ne richtige Sau, Alter. Das ist ja ne richtige Sau, Alter. Ich schwöre, das ist anders, Bruder. Ich schwöre, Frauen in schwarzen Kleidern oder rote Kleidern, ne? Ja? Warte, ey. Kein Speedshot. Warte, warte, wir machen eine andere Technik. Ich hab aber Story geliked. Bruder, ich like die Story auf jeden Fall, Alter. Die kriegt... Ich krieg die geschehen. Warte, ey. 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 Ich hab auch aus Prinzip, aus Prinzip hab ich auch geliked. Siehst du das nicht? Mein Bildschirm. Schick mir mal, schick mir mal Screenshot dann. Mein Screen. Warte. Warte. Bruder, man kann... Die Screenshot sieht man nicht mal. Du siehst doch jetzt mein Bildschirm oder nicht. Die ist überträchtig! Wie? Das war mein Tor? Ja. Hast du? Warte, warte, warte. Schick mal und schick nicht dem Richards. Ich bin euch schon einen Schritt voraus, ne? Ja, aber Richard... Du den Schritt, ne? Den verlierst du wieder. Warum? Bruder, der Nomad hat echt die Kugel gehabt. Muss ich mal dem sagen. Der hat echt diese Ordnung ganz durchgespielt, wenn er so weiter macht. Ich hab noch ihre Füße verkauft, ne? Ich bin jetzt richtig heiß, Richard. Ich bin jetzt richtig heiß. Ja, was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr denn für besondere Taktik? Bruder, ich sag euch so. Schreibt die gleich an, Alter. Schreibt, du bist so eine Sau, ne? Du bist ne Mischung aus vernünftig und ne Sau. Okay. Okay, dann... Dann denk die einfach. Okay, dankeschön. Guck mal, der Arm und Richard, der fährt nicht mehr. Der ist grad stehen geblieben. Ich befinden, oder? Der hat gar kein Bock mehr, der wollte mich sogar rammen. Der ist nur auf Husten gleich mit Cabrio und der ist vorbei. Ich fahr gleich zufällig zu meiner Schwester, Jungs. Sagst du, ich bin da. Ich bin da, bist du auch da? Ey, wer rammt hier? Ich wurde zerstört. Also, ich hab dich gerammt. Jeder kriegt das, was er verdient, ja. Sag ich nur so. Wer mit anderen Leuten Gefühlen spielt. Bruder, du redest immer... Ich schwöre, du redest immer von Gefühlen, ne? Moin, du kennst sie nicht mal. Hör auf! Du bist ja derjenige, der immer mit der Ex-Freundin schreibt, Bruder. Nicht wir. Ey, ich schwöre, du hast mit meinen Gefühlen gespielt. Was wär's? Ich war echt gut. Ja. Sicher? Why are you doing that to me? Girl! Ich bin da hintergeworfen. Okay, okay, das indisches Lied, ja. Bei Bitches gehen. Entschuldigung, ich kann immer alle weg, die ausgesucht werden. Hast ihn mal an. Den geht ja an. Ja, hör mal! Cooler, ich weiß nicht, wie ich gegen... Das war so eine Glanzparade, ne? Echt wild. Bruder, danke, Richard. Es war keine Satzparade von dir. Wow, komm. Boah, ey. Scheiße. Ich dachte nicht, dass der Tachter geht schieß. Ich war nicht im Tor. Wette. Ich hätte doch nichts zu heiß, ne? Ich muss gleich auf jeden Fall. Die Nacht, das Spiel haben wir auch, ne? Wette. Oder machen wir mal kurz ne Pause, 10 Minuten. Den putzen. Boah. Spielt nach hinten, Spielt nach hinten. Boah. Ich mach den, ich mach den, ich mach den. Okay, ich hab den da nicht gemacht. Die Güte ist 2-1, ich dachte mir, ich bin 8-0. Bruder, der Spiel hat gerade erst angefangen. Boah, das ist schon... Noor. Fühlt sich schon an, als ob er für für mich ist. Okay, erst übernimm du. Du bist am Ball. Mach den hoch. Danke. Danke, Richard. Oder nichts? Oh, wie schön. Ich mach. Ah, der Wichser hat den weggemacht. Hallo, warum geht da keiner zum Ball? Warum aber zum Ball? Erstmal hier verteidigen. Der hinterher darf nicht pushen. So, ich hab's gut pusht. Ey. Na hör mal. Besten hast du? Nee, der hat den verteidigt. Kein Problem. Mach dich bereit. Sehr stark. Oh... Komm, Richard. Schade, schade. Azir. Fünfer push. Ok. Was ist die beste? Ok. Ich war mir nicht bereit. Hoppala. Ok, nicht. Spaß. Sehr gut. Jawohl. Jetzt richtig Tokio. Fuck. Sehr gut. Weiß nicht, wo der Ball ist? Ach, da hast du. Dieses Boom, ne? Ich schwöre, dass du fickst. So diese Ansicht. Jungs, warum seid ihr wieder zu zweit? Mann, ich schüttere dich. Alles gut, alles gut. Sehr gut. Alles gut, alles gut. Was? Wie hat der den gehalten? Der hat den Baba gehalten. Mann, Jungs. Vorlagen einfüllen. Ja, ich gehe nach hinten. Ich fange die nach hinten ab. Ja, alles, alles, alles. Alles, alles. Achtung, ich bring ihn rein. Ich bring ihn rein. Okay, doch. Schlechteste Mittelfeldspieler, die es gibt. Sag der Richtige, Alter. Ich fahr da ohne Nitro. Weil du doch nicht springen gehst. Ich warte da vorm Tor. Der geht rein. Safe. Ich mach den rein. Spann. Nein, ich hab nicht. Lass noch einschub machen, ja? Komm, komm mal rein. Oh, oh, oh. Einschub machen. Einschub machen. Dann geh ich doch. Wir gewinnen macht richtig. Dann geh ich mehr erst mal die Sturdy. Ja, Jungs, muss jetzt auf, ja? Halt die Fresse. Einschub machen. Halt die Fresse. Check's mir auch gleich drauf rein, Alter. Lass noch einschub machen. Drehkräfte-Bastard. Drehkräfte-Bastard. Warte, warte. Bruder, wir haben ja gar keine Punkte, Digga. Außer den noch... Digga. Sechs Punkte? Nee. Den Nid ist einfach immer strong. Ey, ihr habt einfach alle Müller-Stats, ne? Einfach los. Zeit den PC mal wieder anzumachen, ne? Damit wir... Instagram in 4K gucken. Ja. Wisst ihr was? Ich mach auf diese Undercover-Art. Ich schenke dir einfach ein iPhone 13, so weißt du, damit die in 4K aufnehmen kann. Ach so, Undercover-Art. Damit ich dann besser die... Besser Fotos auf Screenshots mache. Instagram reduziert die Qualität, Richard. Ich mach die gar nicht. Nein, nicht wenn du iPhone 13 Pro hast. Hast du mal ein paar Videos davon gesehen, wenn Leute davon gepostet haben? Digga. Überwild. Du musst es dann aber von... Boah. Sehr gut, natürlich. Nimm mich den Geist. Den Geist... ...des Pricks. Der ist dort nötig, Alter. Warum bitte? Oh my... Wer? Ich bin scheißen, Alter. Ich geh nicht gut. Aber ich geh damit schlafen, Buda. Damit ich wieder fit bin. Ich geh damit schla... Was? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich kann nicht mehr... Womit geht da schlafen? Den es erkannten muss, glaube ich. Damit der morgen richtig reinscheißen kann. Ja, nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, Bruder. Aber ich habe auch noch nicht gehört, damit ich fit bin. Ich hau einfach die jetzt weg. Ich tacke ihn zum Beat. Geiert nicht. Hä? Hä? Ehrenlos. Ich schwöre ehrenlos. Klar war's, Uwe. Das war mein Tor. Digga. Es sieht einfach optisch aus. Illusion. Illusion. Illusion, Digga. Ne Illusion. Warum schreit der da einfach... Random... Beleidigung rein? Anstatt zu mir zu passen... Sorry. Ich habe... Ich habe... Oh, der Wichser. Stylers, gell. Fack, du schaffst damit, ne? Boah. Schön. Schön. Wer da drin gewesen. Das war ich, Dig. Ist von Wichser, oder? Nein, von den Gegnern. Da ist er, der geht's. Mann. Hör mal. Guck mal. Guck mal, den hier jetzt ganz einsatz trifft trotzdem nicht. Legafuck meine Eier nicht hat mir, Yassin. Ich höre, das war echt gut trotzdem, ja. Diesmal war es echt gut, dass du gerammt hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machst du jetzt? Jungs, in die Mitte. Was macht der denn jetzt da? Der schreibt schon wieder irgendeine Scheiße in den Chat, oder so. Hehehehe. Ich dachte, das war ein RK-Russ. Ich mach das nicht. Abdi... Was nennt ihr? Abdi, da hab ich blass. Ups. Hat die Scheiße, Mann. Was ist im Adi geschrieben? Sag mal meinen Namen. Ey. Wer wollte ihn schon wieder zurück? Ich seh einfach manchmal so nen Scheiß-Beglarity in meiner Fresse, ne. Der auf mich zufährt. Ja, das ist alles Ablenkung, Mann. Ja, ein Schatz weiter links zu fahren, Richard. Bala den jetzt rein. Oh ja, ging nicht, ich hätte ihn hochgelaufen. Oder fuck meine Eier nicht ab, Alter. Na, Jungs, Jungs, Jungs. Guck mal, da hinten hat mir das vorliegt. Jaaaaaaaaaaaah. Oh, er lag jetzt dran. Der fliegt da mal gleich raus, guck mal, was er pickt. Ah, der war grad so rot, Mann, gell. Okay, hab ich nicht was passiert. Oh. Boah, der hat geschoben. Boah, ich schwöre. Justin, hast du den gut oder Richard? Ich. Und jetzt bin ich nochmal dran. Und jetzt, bringt ihn rein. Bringt ihn rein. Bringt ihn rein. Bringt ihn einfach rein. Ja, ich mach ihn. Dann gib ich mal für den. Oh, wenn er nochmal den geklaut hat. Komm. Der geht nochmal. Boah. Der fährt einfach in Richtung von unser Tor und will den Ball da hinschießen. Dem ist scheißegal in welche Richtung, ne. Wer war das denn jetzt? Oh. Okay. Oh mein Gott. Wir verlieren noch. Oh mein Gott. Wir verlieren noch. Oh mein Gott. Wir verlieren noch. Wir verlieren noch. Wir verlieren noch. Wir verlieren noch. Wir verlieren noch, Jungs. Wir verlieren noch, Jungs. Wir gehen jetzt alle mit deinem Start. Nach hinten. Und lass dich. Wenn die den rein machen, machen die drei. Wenn nicht, wenn nicht. Weißt du, ja? Bitte schraub nicht. Okay. Alles schnell ins Tor. Alles schnell ins Tor. Schnell. Nein. Rappt mich da weg. Irgendjemand wollt echt, dass ihr verliert. Wir verlieren noch. Ich bin reingeschossen. Hätte ich den Schmerzen. Noch eine Runde? Ja. Eine Runde. Noch 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 eine Runde. Drei Mal geht's fast. Ey, aber man sieht echt keine Screenshots, ne? Das ist echt eine Sicherheitslücke in Instagram, ne? Man sieht Screenshots. Nein. Ich bin. Mensch. Jetzt wiederwert... citate. Nein. Ich weiß was ist. Boah, man ist geliebt. Schalt mal auf, wenn ich Pusch kommt. Kommt das Gelände direkt. Ja, der liegt Pusch aus. Der liegt Pusch am meisten. Ich glaube, der liegt nach vorne und guckt meine Brüste rein. Ich schwöre. Egal, ich feier statt Parade. So muss das immer sein. Ich gucke Screenshots. Ich gucke Screenshots. Mir gefällt, was ich sehe. Doch dem Richard nicht, denn es tut ihm seinem Herzen weh. Ich habe sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Turf aufs Nacht. Gute Nacht. Wow, wir sind übermorgen. Wir sind sehr verlieblich. Die Brüste sind sehr verlieblich. Und der Wald ist schwarze. Oh mein Gott, ist echt zu echt. Das ist echt zu echt. Ich rufe. Was hast du für eine Scheiße, Mann? Mach die Kacke aus. Mach jetzt mal die Scheiße aus, das war schon kompliziert, Alter. Cool, ich wollte schon seit zwei Spielen da, aber wir spielen immer ganz anders. Mit dir kann ich auch nicht allein sein. Mein Manni, mein Manni, mein Manni. Mein Manni. Komm, Jungs. Oh, ich mach Feuer, brä. Karolin, ich mach dein Util-Plan. Als ich bei Maria war, ne? 30 Gigabyte oder 50? Ich liebe dich und du weißt, ich bin 50? Und noch Jungfrau? Ja, jetzt ist ja gut. Ich glaub, das ist ein Jungfrau. Ich kann mich schon nicht verweisen. Ja, der hat auch wieder Filz im Mottengeil, das ist echt nicht asozial. Was? Wirklich noch witzige Mom. Mach ich schon mit, Alter. Ey, ich bin am Ball, ihr fahrt einfach wie wachschentier. Ja, ja. Ja, ja. Wer ist für mich da gehen, den ich in die Form bekomme? Ja, ich will nicht vorliegen, weißt du was mein? Ja, ich bin feierbar. Oh, Mann. Das sieht scheiße aus. Manni. Ich hab mal richtig scheiße. Oni, mach mal den Karan. Was ist das? Oni, mach mal die Karan. Hab ich auch gesagt. Wild, ihr seid echt. Einfach alle drei. Ich kann nicht mehr spielen, ich bin nicht mehr konzentriert. Ich mach mir Sorgen, ich mach mir morgen, ich mach mir Sorgen um C. Jungs, Jungs, gescheuern ernst. Oh mein Gott. Ah, der fucker. I'm doing way. Ich weiß jetzt nicht, warum ich wieder auf dieses doing way komme, aber ich bin da so lustig. I'm doing way. War so ein bisschen komisch, auch so. Point way. Point way. Der Bastard. Hast du, hast du, hast du. Bruder. Hab ich eben nicht. Was lügst du? Du hast gesagt, sie liebt mich. Du hast gesagt, ich soll einfach nur fragen. Sie kann nur nein sagen. Schlimmer geht's nicht. Aber nicht vor Silvester, du Bastard, Alter. Nein, nein, nein. Ich hätte dir genau gesagt, was du schreiben sollst und wann du schreiben sollst. Angeblich. Du hast doch gesagt. Boah, ich hab nicht auf die gehört, ich hab das selber gemacht. Wollah, du hast auf die gehört. Ich schwöre. Nein. Doch, an Silvester? Nein. Weißt du was? Der Typ von der? Ich hab denen das gar nicht gesagt. Nein, was er schreiben soll, Tag. Ich hab denen das gar nicht, ich hab das niemandem gesagt. Was hast du denn gesagt? Als es dann zu spät war, hab ich dir irgendwie gesagt. Was hast du denn gesagt? Ja, ich schwöre, Mann. Ja, ich schwöre, Mann. Du hast bestimmt gesagt, ich bin schwanger von dir, oder was? Hä? Ich hab drei Kinder und drei Legs. Das bringt nur was, wenn du eine Frau bist und das beim Mann bringst, weißt du? Hä? Bei Frauen geht das auch? Nein. Der geht rein. Schön, Jungs. Ach so, das ist ja nicht unser Tor, du. Das ist ja unser Tor, du. Richtig. Ey, wild, ne? Richard, das sind eure Punktzahlen. Fast so wie bei einem Ping, Alter. Okay. Okay, komm. Ich hab den, das ist echt ein Tor zu schüssen für dich. Hör, Hör, Hör. Ich weiß es nicht. Okay. Hallo. Boah, ich schwonste den, du ja. Ja, lass ihn! Wuiui, toi wuiui Ich glaub das Beste wär wirklich, wenn ich dir jetzt einen Schwanz betricke Nein, ich schreib einfach das, was ich hier eben geschrieben hab Schreib einfach gar nix, ich schreib einfach gar nix Ruf einfach an Du bist ja wieder Heugel, die hat die Kota damals Nein, nein, jetzt mit Facetime Habe ich mal gedrückt in den Weg, sagt Richard Ey, geh doch mal kurz dran, ich müsste was sein Schwimmer Ey, war gut da Sag mal, sag der Wuiui Und dann fack jeder Genauso wo Dings, Alter, wo mein Handy weg war und die dann angestrieben wurde Wo hast du eigentlich meine Nummer? Ey, wie kann man, Jungs, hört mal dazu, wie kann man wertvollster Spieler sein, wenn ich 200 Punkten Das ist doch scheiße gewesen, ne? Einfach alle Egal, Jungs, Spiel jetzt auf, haut rein Ja, Bruder, wir gehen jetzt alle auf Okay, ich war auch okay Das wird komisch Das wird komisch Ich muss gucken, ob jemand mir auf Instagram geschrieben hat Was hast du denn geschrieben? Die sind echt ehrenlose Bastarde, ja Der Dimi hat mir ne Story geschickt Okay, 2-Way, ich würd einfach sagen Schau, ne? Ja Ja Ihr kleinen ehrenlosen Bastarde Geht nach der Arbeit